so nun bitte bitte wo seid ihr meine beiden trinken okay du sammels Equipment auf was für Equipment sammelst du auf was wird das hier und er tut sachen die ihm gehören wegpacken ja was hat er da reingepackt T View Items ach irgendwas aus Leder okay können wir jetzt handeln endlich mal Leder Hauler wo ist mein Leder Contact Meeting Zoom Creature ich habe doch gesagt dass ich einen Trader brauche na also äh warum sind hier keine Versions die handeln die Karawane ist noch hier äh ja wir können diskutieren ich brauche nichts von euch wir haben zu lange gewartet jetzt sind die mit äh was jetzt sind die schon wieder beim zusammenpacken die warten nur auf ihren Unterhändler nein doof äh Designation Channel Befehl hier 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 bei einer meiner beiden Miner ist schon wieder beim Channel äh unterwegs zum Channelen so wie es aussieht und ich würde mal sagen ich nehme ihnen die äh remove Designation ich nehme ihnen mal die Channel Befehle ab hier abwärts erst einmal weg so das ist ja erstmal das erstmal dass da oben frei gechannellt wird da die anderen Etagen so Fortification sind fertig also kann ich die Restrains hier abreißen und neu setzen so äh Finish die Conversation machen wir das auch mal äh Finish Conversation was macht mein Miner der Diggt da unten wahrscheinlich der Miner da unten wahrscheinlich wieder mal rum und ja der Weg bis zum ähm Refuse ist ein bisschen lang aber das ist auch Absicht so ich mag den nicht direkt gleich neben meinem Vorhaben. Also dass man irgendwie ganz leicht reinkommt. Ins Vorkommt. Ich habe da lieber so ein bisschen längeren Weg. Sicher ist sicher. Wir haben schon mal Floor Grades. Ah, genau. Schön wegchanneln. Über die Dokumente drüber sehen. Ja. Aber davon krümeln sie sich auch schon. Gut. Dieses Jahr gibt es nichts von unserem Verwandten. Nebenbei. Das können wir abreißen. Und das können wir auch abreißen. Ja. Warum liegt hier Zeug rum? Docklever, Quiver, Large Gabropods. Warum steht hier so viel Zeug rum? Was soll das für Sachen sein, die da rumliegen? Bolzen wahrscheinlich, die da irgendwo stecken. Ein Barrel? Hier werden doch gar keine Barrels gebraucht. Ja. Meine Zwerge sind seltsam. Und sie haben alles wieder zurückgebracht, was hier drin war. Kann ich hier nicht irgendwie... Normalerweise müsste ich ja sagen können... Äh... Äh... Finished Goods. Ihr seid keine... Käfige sind keine Finished Goods. Additional Options. Allow Plant Animal... Äh... Genau. Schön alles wegchanneln da oben. Hey... Dir super dankbar dafür. So, dann könnte ich schon mal versuchen... das nächste Ding mit Floorgrade aus G. Welche hinzusetzen? Äh... Einfach so was reingeflogen kommt. Also sicher ist sicher. Haben oder nicht haben. Und wir brauchen noch mehr Floorgrades, die hoffentlich noch in Arbeit sind. Ja, Rockgrades. Genau. Die Grades haben einen Nachteil. Man muss sie direkt... an festem Boden oder an Wände bauen. Deswegen mache ich hier dieses... 2x2 System. So, er channellt hier fleißig alles weg. Ich glaube, ich brauche noch mehr Floorgrades. Mindestens noch mal 30 Stück. Obwohl, ich kann es ja abziehen. Es sind 11. Das hier sind 11. Also 22 pro Ding mal 4 macht... 22 pro Ding mal 4 macht... 88. Brauche ich also noch viel, viel mehr Floorgrades. Genau, wird sehr schön dahin gebaut. Wir haben immer noch Winter. Was sagt eigentlich der Noble? Du requirest immer noch... ein decent Office. Du hast nur ein Office. Okay. Masons, was tut ihr gerade? Ihr macht Rockgrades. Ihr macht Rockgrades. Ich brauche also... 88. Das heißt, 30 habe ich schon. Jetzt habe ich 60. Also fehlen noch 28. 28. Das dürften genug Rockgrades sein. springen wir mal hier hoch. Auch wenn es jetzt ein bisschen komisch aussieht, weil einige aus Kredit sind. Einige aus Gabro. Channel Befehl. Jetzt channel ich eine Fläche nach der anderen frei mal. Es sind ja nur 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Und die sind, glaube ich, nicht betretbar. Und die sind nicht betretbar. Building. Groß C war das, glaube ich. Ne, Up-Ramp. Äh, ne. Up-Ramp ist R. Müsste es, äh, halt, Escape. Müsste theoretisch hier eine Up-Ramp hin. Aus einem Gabro-Block ruhig so. Gut. Äh, wie viel Wood habe ich noch? Jede Menge. Also mach mir mal U-M. Q. Wo denn bin? Nochmal 30 Stück. So. Was macht mein Lieder gerade? Pause. Ja, der fühlt sich in seinem Zimmer wohl. So, nächster Schritt. Building with Trains brauchen wir. Das ist V. Äh, hallo Mauszeuge, wo bist du? Achso. Achso. Brauchen wir Chain. Was zur Hölle? Wir haben doch zwei Ropes. Äh, hallo Mauszeuge. Äh, hallo Mauszeuge. Ah, hallo Mauszeuge. Hör, hallo Mauszeuge. Hallo Mauszeuge. äh, Zonen machen wir es noch besser wir machen hier zwei Zonen hin so, du bist ein Penpasture und du bist ein Penpasture und hier kommen jetzt jeweils zwei Hunde rein so äh, Hund gut was sagen eigentlich unsere Animates, was haben wir denn so wir haben immer noch zwei männliche Katzen ist mir egal okay, das ist alles, was wir an Hunden äh, an Tieren haben ein paar, ein Hund eine ganzen Wurst ein Wildschwein Wabbit und so weiter und immer auch diese traurige Wintermusik so die Tiere werden auch hoffentlich hierhin gebracht dass sie da dann Ausschau halten können ich würde mir ja aber schon gerne wissen wo meine ähm und so weiter und so weiter